Ich bin mit nem random Ich muss nicht adden Kannst nicht mitklick machen Irgendwie geht das gar nicht Ah ich hab mitklick aus glaube ich Ja ich hab mitklick aus Das ist schon mal schlecht weil Ja ich wollt grad sagen Neo fällt immer runter am Anfang von alleine Kann ich nicht adden? Das ist kein guter Teampartner Lass ihn einfach runterfallen am Anfang von alleine Ich hab kein Equip man Sag mal cheatet ihr mich grad um? Andi das ist die Okay Mokö Was? Hä? Ach die Junge Nice neuer Junge Hallo Andreas Lupitz Jetzt bin ich mit Niklas Ich sollte vielleicht den anderen Scheinladen gehen Wenn wir aufhören Oder ist das egal einfach noch garotischer Ich glaub ist Mellich reingekommen Ne ist Justin reingekommen Mellich Einfach Mellich 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 Also ich geh immer davon aus Dass niemand irgendjemanden gefriended hat Weil jeder Teams vorher benutzt hat Also achtet mal bitte auf die Namen Ja ich hab nur zwei geedit bisher Und ich deinen Namen weiß ich Und ich kann ja bekanntlich keinen adden Auf random Icarus Namen achten Auf Engels Blut achten Auf Andi Lupitz achten Da haben no friends an Sehr gut Andreas Da ist jetzt schon wieder ein Andracita Oh oh Jani geholt die Ja komm Easy Easy Dann soll die Fresse halten Echt mal Hier ist ne Aufnahme Das ist ja alles höchst professionell Echt mal Wow Sehr höchst professionell Ja super du hast ne Ender Perle Ja 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 dann komm einfach wieder rüber Stehen zwei Cheater Warte den muss ich noch adden Seid mal stehen Komischer Icarus User Da komm ich gar nicht vorbei Da komm ich gar nicht vorbei Vorsicht nicht an die Leiter platzieren Sonst fällst du runter Kannst da hinspringen Ja ja Dahinspringen kannst du Aber nicht einen Block weiter Sonst Macht's bumm und die Leitern sind weg Das ist mir tatsächlich schon mal passiert Aber will ich dann auch nur einmal Ja wir auch schon Auch mal Das ist dann Nick Mock Da ist Engels Blut Da hinten ist C Juni hier sind einfach alle Cheater Komm mal her ich möchte dich adden Und add Ah ich hab no friends an warte So jetzt aber Okay cool Bin auf Pika jetzt Den würde ich auch gerne adden Ja komm mal her Hallo Okay wild Dahinten sind noch zwei Cheater Wir sind die Letzten Oh jetzt wirklich Tatsache Okay HVH Jungs HVH in der Mitte von alle Jungs wisse Stopp Okay ich komme Keine Was stopp okay Nein Nein Ich hab Poison auf mich 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 Nummer eins ist schon mal down hier Ey Goldapfel ist unfair Hallo Kekspin fährt Hilfe Oh mein Gott Mutter gefickt Wow hey Kommt so viel besser aus der group Nein Kämpf mal gegeneinander Junge Tauer mal nicht weg Was ist das denn Junge verpiss dich Nein ich greif dich nicht an Sonst hab ich dich schon längst angegriffen Bin ich auch hoffen Guck dir den oder da oben an Ja ich guck dir Ich guck mir die Schmerzen da oben an Mit seinem 30.000 Hallo 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 Das darf ich erstmal raus editieren Du Bastard Junge was mach ich überhaupt Ich bin Hälfte Leben Nio komm mal helfen Hallo Deckt 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 Ne ist unfair Keksbett Keksbett hat einfach den besten Keksbett hat einfach den besten Keksbett hat einfach den besten Machst du nix Und er kenn ich irgendwo her Ne wenn er bei mir angestellt ist ganz klar bei der Arbeit nichts essen sonst Nio Ich esse nicht ich nehme Nahrung zu mir Äh Pfff Nein ich rülpst das Weiß nicht was du meinst Haha Das war hier ähm Das war Akesch der hier auch im Channel ist Mann Auf jeden Akesch warum rülpst du Andreas Lubitz hat getrollt Vorsicht Ich sterbe Boah die Kombo runde Ja bau dich mal rüber Ich sterbe Ok nice sauer sein dann wieder Fähig nice mikrofon Nein Mann Wer ist das denn? Ich Ich Mann Mann Ich hab mein Mikrofon geschlagen ich hab bei der letzten Aufnahme Cool Nein das ist ein Nein das sind jetzt hier nur Cheater in der Mitte Ja Das ist immer so die Frage warum die Cheater in die Mitte gehen Hm das hab ich gar nicht wegen dem Equipment Hm doch gar nicht wegen den Spielern die da sind Ach quatsch Wie kommst du da rauf Ah echt mal Ich bin halt Junkie Hm Okay Lass mich mal durchs da drück Ne Oh sorry Ich erd dich Ach der ist hinter der Wand Ich hab dich geändert Geh weg Kickspice Mach mal ja 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 Wir sind schon wieder Ne Emiral Emiral Ja mein Teammate Ich kann den nicht mal töten Also darf ich euch jetzt schon umfahren Alles klar Nö Das ist aber frech Ich hab noch kein Autoblog Er hat mich sogar als erstes gelegt Ja 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 Ne kannst du mal ein Vanilla Autoblog einfach geändert Ja Hätte ich das nur Ein Vanilla Autoblog Ist mir zu schwer Ja Dachte ich mir auch als Das ist Equipment Ja 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 Autoblog gegen Autoblog Man sieht das Ach man alter Luck Luck Ich hab mein Schadness 1 Schwert nicht benutzt Das war mein Fehler Ich hab erst später drauf geswitcht So eine Scheiße Ja lass doch erst mit den anderen weg holen Ja Das würd ich auch sagen Aber wo ist denn der? Ähm da 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 vorne Da 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 Okay Komm Neo Na Kekzbite hat den Besten aber nur so lange bis er da gleich in der Aufnahme geautobahnt wird Komm her Trau nicht komm zu mir Der hat Angst Der ist ein Versager Hä Äh Nein das Okay Ja Hoho Nice flag Velocity Stop 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 Nice Velocity flag Ahh ne was droht Ich hab alters alter Oh, du hast mega Angst, der geht ja aufm halben Herz. Junge, hallo! Junge, ich hab Jan in random. Ich hab ne random, Andreas Lubitz ist nicht mehr da. Hä? Junge, ich hab mich in der Luft bewegt. Ich darf jetzt erstmal stehen bleiben. Ja. Diese Brain-Bettlacher, bitte. Wer auch immer da hinter mir ist, bitte nicht schlagen. Ich hab vor dir im Rucksack, weil das Zug einer von euch ist. Das ist in der Mitte und klaut hier meine Kisten. Digga, alt, hab auch wirklich alles. Nö, ich hab nur zwei Kisten genommen. Ich hab mir auch nur zwei. Ist ja fair. Nur zwei. Ja. Naja. Schmatz-Geräusche, wuh! Da kommen keine... Ach, Junge. Deutsche Wörter. Andreas Lubitz TV ist immer noch AFK. Schlecht. Einfach hier in der Aufnahme AFK gehen, was soll das? Oh, kranker Blink, Moment! Ey. Hey! Halleluja, du wusstest ja. Na gut. Ist aber ganz schon frech. Ich dachte aus irgendeinem Grund, wir wären die letzten Jahr am Leben, aber da leben halt irgendwie noch so ein paar. Die Rainer Distance ist ein bisschen runter gesetzt. Ich weiß halt auch nicht in welche Richtung. Eigentlich wahrscheinlich sind die hier. Ich seh die halt auch. Ich seh die. Nee, da ist nix. Ich seh die! Los, Kicks! Wuff! Ist Patrick jetzt am austalmen oder blinkt er sich einfach wieder? Alles klar. Patrick? Ja, Patrick ist am austalmen. Ja, Jürgen, warum hab ich denn schon wieder Patrick zu dir gesagt, Alter? Ach, hallo! Hä? Wieso? Hallo? 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 Wo denn? Ach, scheiße! Ich war einfach immer 5 die ganze Zeit. Ich hab das voll vergessen rauszumachen. Hallo? Warte, du hast mich meinen goldenen Apfel essen. Okay. Jetzt dürfen wir. Oh, das ist kritisch Head First Hit bekommen. Das war es schon für mich. Warum Velocity Flag gegen Kicksbite nur gegen Kicksbite flag ich? Genau so wie Legit auf Komme. Ah, easy trotzdem. Win machst du nix. Ist es wenn dich ein Gegner w-taps, dann hast du Velocity Flagst. Easy win. Okay, he's mad. Ich bin mit diesen... Ich esse zwei immer noch. Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Nice! Wenn ich shoote um 300 auf Pika, dann passierte das. Junge, lass mal doch lieber Bad Wars spielen. Actually. Also tatsächlich sogar. Actually. Okay. Okay. Naja. 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 Ich hab die Front gepeilt. Ja. Ich wurde aber nicht gekriegt. Alter, Alter wird das gekriegt. Alter, Alter wird das gekriegt. Ey, warum ist da ein Pipe gebrochen? Wir werden alle sitzen da weg. Top-Emoji. Also wirklich. Das machen wir jetzt. Ah, okay. Okay. Und tschüss! Ja, müssen wir leider Sky Wars weiter spielen. Mach mal Tati. Mal in die Party. Ich bin gar nicht in der Party drin. Ja, lad mal in die Party ein. Ja, okay. Ja, ich war dann auch. Chillt mal. Boah. City. Ich mag jetzt. Lad doch. Lad doch auf dem Server drauf, Alter. Lad doch jetzt schnell in die Party ein. Du bist schon in die Party eingeladen. Halt mal die Frage. Lad doch mal jetzt ein. Hey, bin ich drin? Ich bin glaub ich noch gar nicht drin in der Party. Aber... Die Unnahme wird gut gesichert. Richtig Lachtomaten, Alter. Richtig übertriebene Lachtomaten. Schält dir mal eine Nachricht? Ja, wo wusten wir das? Ja, wo wusten wir das? Ja, ist das hier? Wir haben gewiesen sind wir doch schon wieder in dem Team. Ja, weil wir uns so mögen. Hey Klaus, bist du los? Aber dein Skin ist wirklich... Fick mein Ass! Nein, ich bin immer mit nem random im Team. Wann, wieso hab ich wieder? Ich komm mit meinem Kleid nicht mehr zurecht. Ich hab schon wieder NoFriends an. Sorry. Nicht Freunde. Warte, ich steck mir kurz die AK in den Mund. Ja, ich tippe jetzt in der Hure. Blubber mal ins Mikrofon rein. Ja, okay. Ja, nee, jetzt ist uns mehr. Nee, blubber mal jetzt ins Mikrofon rein. Nein, jetzt mach ich weg. Ja, warte. 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 Egal, ich bin kurz auf K. Warte, ich bin kurz. Warte. So, keine Audio. So. Junge. Junge. So, warte. Egal. Alter. Ey, raus versehen. Ja, was? Aus versehen. Wie ne? Doch, du, los. Ey, der killt mich. Wer denn? Dann geh mal von mir weg. Ich dachte ich hab' dich geertet grad' ich hab' 1000 Mal mit Klick auf sich gedrückt. Bist du jetzt schon tot? Ja. Junge, wie? Du hast mich runtergeschlagen. Wie? Zwei Nacht. Junge. Ist stabil. Und Rumblebox. Das war mal Equipment. Doof. So. Jungs? Ja. Game Changer. Ach, was ist das denn? Junge, Alter. Halb. Halb. Das war mal Equipment. Doof. Sooo, Arsch, Vagina. Warum? Richtige Roffelkartoffel bist du in ihr. Junge, das fuckt mich so ab, dann nur für'm Ferzen zu sehen. Junge, hör auf! Warum schießt du hier hin, wo ich grad bin? Nein, bitte nicht! Hallo! Was wird denn das? Hallo! Ähm... Eiermann! Der Eiermann ist da. Bitte! Ähm... Oh, scheiße! Okay. Hallo? Wer hat mich grad umgecheatet? Nein. Niemand. Junge, Janik, du. Ich hab keine Chance gegen dich sonst. Hallo? Hahaha! Sooo! Hahaha! Du würdest behaupten, du hast unfair als Cheater gespielt. Das ist echt traurig. Das ist echt traurig. NAH! Vagina, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Da steht eigentlich, dass du nicht gewonnen hast. Ne. Da steht, ich hab gewonnen. Okay. E-Jek ist der Beste und ich hab gewonnen. E-Jek hat den Besten. E-Jek hat den Besten. Okay. E-Jek, ich hab fluorgele, ne? Ach, der hat den Besten. E-Jek. Im Autoglub. H-H-H-H. Na, wieder ein No-Fent. Alle, Mann. Ups. ja 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 da geht das bitte nicht schlecht das noch immer besser als hast du dich mit rübergebotten Ja! Reus! Juge! Noch eine Kartoffel, noch eine Kartoffel! Lacht um, Alter. Hä, was? Achso, das ist gerade keiner von uns. Echt? Hä? Mein Gang ist gefließt! Hä, ich dachte, Ico ist crash nicht. Es hat ja nur gelaggt. Mann, was darf ich denn jetzt hier gegen zwei Leute kämpfen? Hallo! Bitte! Nirgends mehr! Hallo! Bitte! Nirgends mehr! Janik! Janik! Okay! Oh, meine Freunde. So, schau mal, alle tot schon. Ganz ruhig. Wie bist du gestorben? Ey! Ja, was los? Ich hatte zwei Herzen. Ja, ich hatte zwei Herzen. Ja, ich hatte zwei Herzen. Ja, aber ich hatte zwei Herzen. Ja, aber ich hatte zwei Herzen. Ja, aber ich hatte zwei Herzen. Ja, zwei gegen eins. Easy, wird mal wieder hier. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Mann. Sehr gut, das Video war gut. Lasst ein Eumel da. Wenn die beiden, llegeocalyptic sein in ihren Rahmen, Ich weiß nicht, dass wir zehn Jahre her drehen sind, Ich habe mich gelangen, mich separat und nicht. Dimension, Paramтьine Kapitel Burke oder dem Leben. Vielen Dank.